Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal. Malik, der Bruder von Mois. Der jüngere Bruder von Mois hat ein Statement rausgehauen, weil Anis hat nicht mal Malik erwähnt. Die hat Abu Julo erwähnt. Mit Fremdgehen aber auch. Mit Fremdgehen und so. Aber Malik hat sich jetzt dazu geäußert und wir gucken uns das Ganze mal an. Obwohl, die hat ja erwähnt, ja, die waren immer schlecht zu ihr und so. Aber egal, wir gucken uns das Ganze an, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, aktiviert die Glocke, Twitch jeden Tag live, Black Bros Gaming kommt rein in den Stream. Wir gucken, was Malik zu erzählen hat. Ich glaube, der Mann hat was zu erzählen. Lieber Anis, ich möchte diese Worte explizit an dich richten, weil du ja der Meinung bist, dass ich sehr unfair zu dir war und das Abo sehr unfair zu dir war. Deswegen möchte ich dir mal ein paar Fragen stellen und halt jetzt einfach mal wissen, was zum Teufel überhaupt redest. Okay, das sind Frage und Antworten. Bin ich mal gespannt. Zu aller zuerst möchte ich darauf eingehen, dass du gesagt hast, dass Abo seine Frau betrogen hat. Abo war noch nie in seinem Leben verheiratet. Aber das hat sie auch nicht gesagt. Das ist, er soll oft in die Spielerei zu machen, mit anderen Leuten zu machen. Er war kurz davor. Ja, kurz bevor er heiraten wollte, zwei Monate vorher ist er der Fremde fremdgegangen. Ja, aber der war nicht. Das hat sie gesagt, nein, wir haben das schon gehört, Bro. Da muss man jetzt Malik direkt die Niesen zeigen. Abo hatte vorzuheiraten, ja. Ja. Aber das ist eine Sache, die Vita in die Öffentlichkeit Ja, hey, das hat sie auch genau so gesagt. Er dreht Spieße wie bei Isur. Nicht gezogen werden sollte, wie absolut niemand irgendwas angeht und dass Abo seine Frau betrogen hat, der größte Schwachsinn, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und wenn du in diese Bubble hier reinschmeißt, dass man betrogen hat, denkt der Otto-Normal-Zuschauer direkt, dass Abo fremdgegangen ist, indem er mit einer anderen Frau geschlafen hat. Absolut abgefuckt in meinen Augen. Das einzige, was passiert ist, ist, dass Abo mit einer anderen Frau geschrieben hat, kurz nachdem Abo keinen Kontakt mehr zu der Frau hatte, die er heiraten wollte. Das war nicht so, dass er während der Beziehung eine andere Frau geschrieben hat. Abo ist ein gutherziger Mann, der sich halt sehr schuldig gefühlt hat, dass er kurz danach einer anderen Frau geschrieben hat. Geschrieben. Es ging hier nur ums Schreiben. Es gab keine Beziehung. Es gab kein Fremdgehen. Es gab kein irgendwas. Abo hat... Ja, für manche Leute ist ja auch Schreiben Fremdgehen, ne? Also... Also ich würde gerne wissen, was Malik macht, wenn seine Frau mit einem Typen schreibt. Ob er dann sagt, ob das Fremdgehen ist. Das ist schon Fremdgehen, Digga, ehrlich. Wenn du deinen Partner verheimlichst oder die Person, mit der du bist, verheimlichst, dass du mit einer anderen Person schreibst. Person des gleichen Geschlechts schreibst wie deinem Partner. Ja, das ist schon Fremdgehen. Das ist schon Fremdgehen. Das musst du halt wissen dann, ne? Wie es dir geht. Das ist schon so dieses... Das geht nicht. Ist schon zu viel. Lediglich einer anderen Frau kurz nachdem geschrieben. Das war's. Und das nennt sie Betrügen. Das nennt sich Fremdgehen und sonst was. Und das ist schon crazy, dieses Manipulieren in die Öffentlichkeit, dass alle dann denken, dass Abo einfach ein Fremdgeher ist. Und jetzt kriegen wir DMs und ich krieg auch DMs. Mir wird auch gesagt, du Fremdgeher. Das Ding ist, das Witzige ist, es gibt so eine crazy Sache in meiner Familie. Wenn einer irgendwas macht, also wenn Mois zum Beispiel irgendwas macht, denkt man, dass wir es alle machen. Also Mois sagt ihnen der Öffentlichkeit. Ja, das sollte man auch nicht machen, ne? Das sollte man auf gar keinen Fall machen, Digga, ne? Jeder steht am Ende des Tages für sich, Digga. Ein Mois steht für sich, ein Malik steht für sich. Ein Abo steht für dich, ne? Und nur weil der eine Scheiße braucht, braucht man den anderen nicht unbedingt da reinziehen. Das ist Quatsch. Aber das machen die Leute immer. Ist normal. Muss man mit dem klarkommen, mehr oder weniger, ne? Vor allem, wenn die Brüder auch im Internet sind. Ich hab meine Frau geschlagen und ich bin stolz drauf. Dann denkt man, ey, Abo und Malik, die schadet ihre Frau. Ja, ja, genau. Und jetzt sagt sie zum Beispiel, Abo ist fremdgegangen. Jetzt krieg ich auch DMs. Du fremdgeher. Abo ist nicht fremdgegangen. Abo hat nichts gemacht. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du sagst, dass wir sehr, sehr ekelhaft gegenüber dich geworden sind. Was haben wir denn gesagt? Hä? Was haben wir... Also ich hab ja... Wir haben ja auch die Chats gesehen, die Mois gezeigt hat, ne? Sie war auf jeden Fall auch sehr ekelhaft gegen die eingestellt. Das war so ein Ding zwischen beiden Parteien. Beide Parteien haben sich einfach nicht gut verstanden. So, die haben sich gehasst. Wie gesagt, was redest du? Wir haben generell auch über diese San Diego Sache nicht ein Sterbenswort gesagt. Wir haben nicht assumt. Wir haben nicht Gerüchte aufgestellt. Wir haben gar nichts. Wir haben dich da geschützt und wir haben darüber gar nichts geredet. Weil Mois sollten generell nicht über eine Sache reden, über die sie zu 100% nicht Bescheid wissen. Und das haben wir auch nicht getan. Du hast uns einfach ans Bein gepisst, weil du ein Problem mit Alim hast. Weil du Alim so verabscheust, weil du Alim so sehr hasst. Wolltest du einfach deine ganze Familie brennen sehen. Und wir haben absolut nichts getan. Und trotzdem wurden wir nicht ekelhaft. Trotzdem haben wir nicht diese Gerüchteküche noch mehr aufgeblüht und Bestätigung gegeben an diese ganzen Fitner-Leute. Trotzdem haben wir dich da geschützt. Trotzdem haben wir gesagt, dass das, was Alim getan hat, nicht gut ist. Trotzdem wollten wir dich schützen. Trotzdem wollten wir dich da beschützen. Und das ist der Dank für die einzigen Leute... Der Junge, das labert der Junge nochmal, Alter. Wenn ein Gerücht in der Öffentlichkeit ist und ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht und ich das nicht erwähne, dann schütze ich niemanden, Bro. Du hast niemanden geschützt. Chill. ...die dich bei dieser Sache verteidigt haben. In der Öffentlichkeit haben wir dich bis dato die ganze Zeit verteidigt. Aber du fuckst einfach nun mal ab, weil du meine Mutter in die Öffentlichkeit gezogen hast. Und wegen dir haben wir so einen Shitstorm, den wir einfach nicht verdient haben. Wir haben mit dem ganzen Scheiß hier nichts zu tun. Man muss sagen, die kriegen echt... Also die beiden Brüder kommen echt nicht gut weg von... Ja natürlich, weil die hat ja auch Storys über dir erzählt. Deswegen ist ja nicht so, dass die nur über Mois geredet hat und die deswegen Shitstorm bekommen. Sondern hat die halt auch Storys über dir erzählt. Ja. Sodass sie einfach... Wo Abo gesagt hat, Mois hat sie so lieb gerufen. Amis. Du stellst meine Mutter in der Öffentlichkeit als Shitan da. Und wenn man dann gegen dich irgendwas sagt, ist das schlimm. Was für ein Narzisst bist du? Wieso bist du so narzisstisch? Was ist los mit dir? Wir haben nichts getan. Du hast uns einfach so hier angemischt. Und wenn wir uns dann verteidigen, ist das nicht in Ordnung. Dann sind wir ekelhaft. Weil wir... Also ich sag auf jeden Fall, ne. Die Mutter von Mois und so ist auch nicht ohne, Digga. Bei allem Respekt. Digga, allein wenn sie Gespräche aufzeichnet, ist das schon sehr sass, Digga. Keine Mutter macht einfach so Sprachnotizen. Und spart die bei 6 Jahre auf. Digga. Alter, das ist schon echt aufgefallen. Bruder, das ist halt alles... Das ist für mich so ein Zeichen. Du hast auf jeden Fall auch Dreck am Stehen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Weil du machst es nicht einfach so, Digga, um dich abzusichern. Das ist schon krass. Glaube ich nicht. ...zeigen, dass du ekelhaft bist? Was zum Teufel? Wieso machst du dir überhaupt an uns zu kennen, verstehe ich nicht. Das letzte Mal, wo wir dich in Real Life gesehen haben, das ist 4 Jahre her. 4-5 Jahre ist das her. Als wir in der Türkei waren, hast du uns angerufen und nach Hilfe gebeten, weil Alim sich verloren hat und Hand an dich angelegt hat. Wir haben dir direkt geholfen. Wir haben direkt gesagt, komm in die Türkei, Anis, bitte, bitte. Verlass Alim, bitte verlass Alim. Wir wollen dir helfen. Du hast dir nicht helfen lassen. Wir sind die schlechten Menschen. Was zum Teufel? Redest du da? Und dann sagst du, ja, explizit, eigentlich Malik und Abu, die sind auch nicht so, wie ihr denkt, dass sie sind. Doch, wir sind genauso, wie ihr denkt, wie wir sind. Aber man muss sagen, die beiden hatten immer ein sehr, sehr entspannt. Also, so wie man die kennt, war immer richtig ruhig so entspannt, ne? Ja, aber ruhig. Oder nur, weil man jemanden so kennt, heißt nicht, dass er so ist. Aber kann auch sein, dass die Leute so sind. Wir wissen es nicht, Digga. Bitte zeigt doch mal irgendwer von euch einen Chatverlauf, wie ich euch beleidigt habe. Irgendwem. An alle Zuschauer hier. Habe ich irgendwen jemals beleidigt, wenn ich so ein dreckiger Mensch bin oder... Digga, es ist ja auch kein Chatverlauf, wo Nathan jemanden beleidigt, aber... Doch, natürlich. Ehrlich? Natürlich, ey. Ja, aber... Bei mir findet es zum Beispiel auch kein Chatverlauf. Heißt nicht, dass Leute nicht beleidigt werden? Natürlich. Aber muss es doch ein Chat von uns geben, wo ich euch beleidige oder so? Ich beleidige keine Menschen. Ich mache sowas nicht. Bro, laut der Logik bist du auch genauso wie deine Mutter dich beschrieben hat damals... Deine Mutter hat gesagt, dass du damals in der Schule mit anderen Menschen geschlafen hast. Und dass du eine Ho bist. Das sind jetzt nicht meine... Das ist jetzt auch eine Sache, die wurde noch nie so erzählt. What the heck? Ich sage, also beide Familien haben auf jeden Fall einen dicken Knacks. Ja, vielleicht lügen die auch einfach, muss ich auch sagen. Vielleicht lügen beide auch einfach. Digga, die haben ja Sprachnotizen von beiden Seiten gehört und beide Seiten hören sich nicht normal an. Muss man sagen, Digga, ehrlich. Alter. Man hat gehört, Sprachnotizen, die nicht gefakt waren, die real waren, ne. Die auch von beiden Parteien als real bestätigt worden sind. Und daran hast du gemerkt, die sind alle wirklich durch. Größtes Familiendrama in der YouTube-Geschichte, die es jemals gab. Worte, aber das hat deine Mama gesagt. Sagen wir mal, das stimmt, was deine Mama da gesagt hat. Bist du immer noch so ein Mensch? Muss ja nicht sein, ne. So, vor fünf Jahren habe ich beleidigt. Abu hat auch beleidigt. Ja, wir sind aber erwachsen geworden. Nicht jeder ist wie du. Manche Menschen werden erwachsen. Generell habe weder ich... Also, Anis ist nicht erwachsen. Mäßig. Noch Abu, noch Adam, mein Vater, meine Mutter, meine Nichte Bock auf diese Sache gehabt. Ich hätte dich niemals erwähnt. Ich würde nicht über dich reden. Wenn ich über dich reden würde, bei Allah, ich hätte gesagt, das, was mein Bruder getan hat, es tut mir leid, Anis. Und möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns alle richten. Und du kriegst dein Hack am jüngsten Tag und sowas. Das hätte ich gesagt. Nur das. Du hast aber einfach meine Mutter damit eingemischt. Du hast uns hier eingemischt. Du hast die Beziehung zu meinem Neffen, zu meiner Nichte ruiniert. Ich werde realistisch gesehen diese Kinder nicht sehen. Wegen dir. Wegen Anis. Und das ist absolut traurig. Ihr denkt nicht mal an diese Kinder. Das sind Leben, die ihr zerstört habt. Ja, muss man auch sagen, Digga. Also, das, was die Kinder davon erleiden werden in Zukunft, wird auch nicht gut sein. Im Laufe des Alters. Genau. Wenn die irgendwann erwachsen werden, die werden so einen Knacks bekommen. Also, ich glaube das 100%. Bro, das ist doch nicht normal, Digga. Du siehst deine Eltern, die packen gegenseitig über sich aus. Du hörst deren Storys. Du hörst deine Oma, dein Opa. Du hörst alles, Digga. Oder du siehst alles. Irgendwann wirst du halt davon verstört sein. Alter, da bin ich mir sehr sicher. Ich hoffe natürlich nicht. Das muss ja nicht sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr hoch. Was ist los mit euch? Der Typ, von dem du meintest. Adam, mein großer Bub, von dem du meintest, dass er der beste Mensch ist. Und dass du noch nie ein Problem mit ihm hattest. Sogar ihn hast du toxisch behandelt. Jo, Digga. Adam, Digga. Der hat dir auch geopfert, muss man sagen, Digga. Die hat so gut über ihn geredet und so. Er hat nichts gemacht und so. Mäus hat auch gut über ihn geredet. Dann macht der Statement Video, er hat die einfach mitgenommen. Er hat alle mitgenommen. Ihm war egal, Digga. Er hat Mäus mitgenommen, er hat sie mitgenommen. Scheiß auf alle. Also bitte. Wallah. Werdet erwachsen. Was ist los mit euch? Es gibt eine Welt außerhalb dieses Internets. Es reicht doch. Ja. Sauer. Der Malik ist auf jeden Fall sauer, Digga. Kann ich auch verstehen, Digga. Mehr oder weniger. Guck mal, was Abu sagt. Guck mal, was er sauer ist. Abu hat auf jeden Fall noch nichts in seine Story gepostet oder so. Ich habe vorhin geguckt, der war nichts außer vor 10 Stunden oder so hat er eine Story gepostet. Aber ich weiß gar nicht, ob zu dem Zeitpunkt die Story gedroppt worden ist. Es ist nicht vor 8. Aber äh. Da ist auf jeden Fall nichts von Abu Jullu. Oder jetzt? Ne. Ok. Nur das. Hat er vorhin gepostet oder sowas. Ja. Ihr merkt. Die Lage ist auf jeden Fall wieder heiß. Willkommen in Staffel 2 der ganzen Serie. Es geht weiter. Moise, Anis, die Family. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Start. Staffel 2 beginnt ab heute.